Hallihallo und willkommen zurück bei 7days2day mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, du hast keinen Helm auf oder irgendwas, nur die Bandana. Nein, ich hab den Bergbauhelm auf. Jetzt müsst ihr den normalen anfangen und jetzt darf ich den Bergbauhelm aufnehmen. Nein, da ist gar nichts, nur Kapuze. Na ja, okay. Weiß jetzt zwar nicht warum, weil er ist eigentlich... okay. Ich hab beschlossen, ich will mit dem Messer den Skill in die Höhe treiben. Ich, wo ich eh so ein Angsthase bin. Ja, weil Tibra hat sie vorgenommen, sie macht jetzt alle Zombiehunde im Nahkampf mit dem Messer. Auch wenn sie in Horden kommen. Aha. Ich bleib bei meiner Strategie mit den Schusswaffen. Schauen wir mal, wer länger lebt. Ja, das ist... So, das Haus da drüben hatten wir und das da haben wir ja gerade gemacht, oder? Ich denke... Nein, das... Nein. Nein, da waren wir nicht, aber wir waren... Hm. Offen ist es. Komisch. Da ist was erringen. Ähm... Ich dachte schon, da... Ich glaub nicht, dass wir da waren. Ich hab da mal zu... Naja, es schaut aber komisch aus. Es schaut so... Ja, da nebenbei das aufgemacht, dass die Wand... Ähm... Riesbauen? Natürlich hat sich da was durchgeschlagen. Aber wir waren schon mal herrinnen. Na, Riesbauen kann doch nicht. Nein, glaub nicht, dass wir da schon mal waren. So, wie immer packe ich die Sessel ein. Ich hab, äh... EW, die Brille im Orange. Zerlegen. Ja, zergelegen. Wir zerlegen alles. Da haben wir schon bessere. Da sitzt ja eh niemand. So, was haben wir da? Du warst hier unten schon? In der Ecke? Ja. Ja, du warst schon am Boden. Alles klar. So, die Dosen zerlegen wir gleich wieder. Ich geh da mal rauf. Ich geh da mal rauf. Eh, mein Müll. Nein, mein Tisch, mein Tisch. So, ich lass dich da nicht rein. Okay. Ich mach meinen eigenen Zucker. Hm, das ist gescheit. So, dann klick ab auf den Dachboden. Oh ja. Wie tief. Und leer. Und leer. Bücherregal. Na, sehr schön. Leer. Hm. Übrigens, aus den Betten bekommst du Holz, Stoff und Eisen. Okay. Hab ich gerade gesehen. Ja, es war nicht sehr berauschend. Da waren wir schon. Den Tisch hast du schon. Mhm. Und da geht's fertig. So. Zur nächsten Reihe. Da wär Auto. Auto? Ja, cool. Ja, das hol ich mir. Du hältst kurz Wache. Mhm. Mhm. Okay, dann wird Perkett. Sehr schön. Die ist gut. Sehr, sehr gut. Mhm. So, was kriegen wir denn los? Keine Batterie? Warte, da fällt schon was. Hier vorhin schon so offen raus. Ach. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich scripe was. Ich scripe was. Scripe. Ich nehme es einmal auf. Ja, bitte. Die Eisenrohre kann ich zerlegen, oder? Ja, die kannst du zerlegen. Scheinwerfer nehmen wir da mal mit. So wie er ist. Weiter geht's. Ja, da ist noch ein Wrack. Du musst wieder zerlegen. Ja. Ja. So wie er ist. Weiter geht's. So, dann werden wir die Garage dann machen. Mhm. Da ist wieder was rausgefallen. Wieder Scheinwerfer. Okay. Gut, da geht's rein als nächstes. Scheinwerfer. Da ist die Tür. Ja, da ist nirgends drin. Ach, idiot. Was ist denn? Nein, ich habe... ...ein Stück der Range. Da sind wir noch jetzt mit... Da ist denn nichts draufgekommen. Da ist nirgends was drinnen. Willst du nach oben gucken? Ich schrei immer, ob es oben liegt. Zeitlang habe ich mich da immer raufgebrannt, aber bis jetzt noch nie ausgefunden. Ah, die Garagen haben wir alle nicht gemacht, oder? Ja genau, da bin ich gerade dabei. Aha, Hunde im Hintergraten. Genau. Cool. Die letzten Hunde finden. Ja. Da kann ich die Wäsche entgehen. Jaja, das ist... Ah, das sind so tolle Sachen, wir können bitte nichts nehmen. Ach, alles. Sehr gut. So, Kuckuck. 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 Kein Hund. Kuckuck. Krrrr. Krrrr. So, gehen wir da weiter gerade vor? Mhm. Garage für Garage, beziehungsweise Garten, ne? Ja. Garten legen ja immer ganz gerne niedliche Säcke und so. Niedliche Säcke. Aber ich finde sehr, sehr wenig. Ja. 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 So, schauen wir mal wieder mal. Zuerst werden die Leichen ausgestülpt. Ja. Das übliche halt. Du hast die Leiche durchsucht? Ja, das ist sie in Wittstein. Ah, okay. Ja. 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 Du trinkst ja ständig von deinem Weinglas, oder? Tiefere ist voll. Diese Folge heißt Tiefere ist zu. Ist voll. Nein. Bin voll bei der Sache. Voll abgefüllt. Nein. Nein, stimmt. War auch nichts drinnen. Ah, da sind wir ja schon wieder auf der Straße. Oh. Was? Bauplan Maschinenpistole und Bauplan Jagdgewehr. Also es ist vollkommen egal, wir können es beide lernen. Okay. Aber jetzt bin ich voll. Ja, da im Kasten würde auch noch was liegen. Mhm. Mhm. Was brauchen wir denn nicht? Oder wir können was zusammenlegen. Knochen. Habe ich. Fett. Okay, dann tue ich da mal die Knochen rein und das Fett. Ja. Stoff habe ich. Huttingfleisch habe ich. Nein, nein. Die Röhre kann ich skripen. Ja. Kannst du mal das so rausnehmen aus dem Müllsack? Was man mal zu Müllsäcken findet, ne? Ja. Habe ich nicht. Hätte ich. Ich habe jetzt einen Platz. Zwei. Zwei. Na Gott sei Dank. Nein, ich habe drei. Uh, das ist dann schon interessant. Okay, und das nehme ich mir auch gleich. Ich schmeiße schon meine Spitzsacke weg. Jetzt. Na, dann zerleg sie. Nein. Nein. Das war unabsichtlich. Ich glaube, die zerlegen wir gleich meine Spitzsacke. Achso. So. Dann würde ich sagen, mal retour und kurz ausräumen, oder? Wenn nichts mehr geht, geht nichts mehr. Ach, da geht immer noch was. Ja gut. Passt. Ja, passt. Gut. Die paar haben mich überredet. Das macht dir dann keinen Spaß mehr. Muss. Ja, voll ist. Er komplett zu ist. So. Ah, da. Hier, hier, hier. Ich bin als erstes drin. Super. Super. Ich finde das auch cool. Ich halte mal vorläufig Wache. Dann halte bitte, danke, Herr Wache. Die habe ich doch auch schon noch gesehen. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Glas. Ja, das ist ja wieder coole Lutl. Die Maschinenpistole im Bauplan. Also, ich glaube, gelernt haben wir ja mittlerweile so viel. Aber uns fehlen dann immer die Teile. Mhm. Siehst du übrigens, apropos Teile. Ein Militärlager ist da im verbrannten Gebiet. Das könnten wir auch angehen. Wirklich? Mhm. Einen Tag haben wir ja noch vor dem harten Tag, ja. Du bist dran. Können wir vielleicht zu dem Militärlager mal schauen. Hey. Warte. So. Wo sind wir rausgekommen? Da oben. Machen wir die Gasse-Retour weiter? Ja, ja. Sehr fern. Eier sind da noch drin. Ich weiß nicht, ob ich bin blind. Hm. So. Hier. Aha, da liegt ein Armbrust drin. Ja, ich hatte mir eine zweite geholt von oben. Achso. Und da sind nicht beide Mitschlepper, die einfach da reingekühlt haben. Holz, schmeißen wir da hin. Flasche Wasser. Trübers Wasser, das gibt's sicher schon wo. Und da haben wir so eine Ration. So, und das da kommt auch was. Jaja, du kannst schon. Ich hol dich eng. Yes, ich kann mich den Hunden schon zum Fraß vorwerfen. Genau. Mit meinem Taschenmesser. Wie immer ablenken, damit ich vorbeikomme. Genau. Kurz, fliegt links, rechts, ja. Immer schön links und rechts schauen, wenn man über die Straße geht. Hast du Angst, dass Autos kommen? So. Rückseite. Ich husche da gleich mal in den ersten Garten rein. Achso, gehst du auch wieder retour. Ich hätte jetzt die Länge fertig gemacht. Achso, da weiter. Ja, von mir aus. Und dann wieder retour auf der anderen Seite. Ja, ist okay. Da ist auch eine Mühle. Aber ich habe hier irgendwo ein Schirmabdorf gefunden. Ich glaube auch die Eisenhandschuhe. Hier das Glas. Schauen wir mal. Weitergehen. Weitergehen. Und schön weitergehen. So, da ist ein Garten. Wir könnten abbauen die Klimaanlagen. Die gehen doch auch irgendwas hier. Oh, naja stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen. So, wo bist du? Ah, da vorne ist noch ein Klimaanlager. Okay, Klimaanlager. Damit die zum bisschen schwitzen kommen. Hm. Sehr schön. So. Wo bist du? In der Garage in der nächsten. Okay. Ist was drin, sonst bleibe ich gleich hochlassen. Schön. Wie schon geleert. Okay. So, das Haus hat wieder eine Klimaanlage. Okay. Okay. So, das Haus hat wieder eine Klimaanlage. So, das ist ja trotzdem viel noch immer Batterien. So, das ist ja auch schon drin. Okay. So, das ist ja auch schon drin. Müll. So, das ist ja auch schon drin. So, das ist ja auch schon drin. So, das ist ja auch schon drin. Sehr schön. So, das ist ja auch schon drin. So, das ist ja auch drin. Bevor es retour geht. Also immer retour, wissen wir nur nicht. Nein, nein, wir können rück die Seite dann machen. Ah, Tosche, Herr. Ich höre einen Hund. Er sind Handschuhe. Gut, dann werde ich mal zur Pistole greifen. Oder? Guck mal her, das mache ich. Ich bin da schneller. Okay, ich muss ganz schnell was trinken. Machen. So, das lege ich mal wieder lieber aus der Hand. Bist du schon wieder mit Schwierigkeiten? Ja. Okay. So, ich schau mal kurz. In dem Garten. Ah, Klima. Müsst du wieder die Klima machen? Oder such ich? Ja, ich gehe jetzt mal die Garage. Komm. Das wird die Kühlbox nicht brauchen. Ja, schade. Das ist irgendwie ärgerlich. Mhm. Das waren immer unsere ersten Flash-Aufbewahrungs. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, das kann man scripten. So, wo ist er? Wo ist er? Ja, da ist er. Da ist er. Aber in den nächsten Garten. Ja, ja. Egal, wo ich rein schaue, nix drin. Ja, bei mir kommt da momentan ganz wenig. Wenn, dann ist es schon. Aha. Ja. Krustel Grau. Aber gelbe Jagdgewehrtelle. Und das ist schon mal gut. Ja, du, es wird 20 Uhr. Das ist schon mal. Machen wir noch ein Stück weiter. Ja, wir können uns gerade mal retour. Wie viel haben wir noch? Ich bin nämlich jetzt, glaube ich, auch voll. Ah, bis zur Straße ist noch ein Garten. Okay. Bis zu einer Querstraße. Ah ja, na dann machen wir den einen. Dann machen wir den noch mit. Diesen einen, jenen welchen. Ich habe da eine Garten. Ah, da ist eine Garten. Okay, eine andere. Hm. Gut. Sieh mal bei der Straße, oder? Mhm. Okay, dann wissen wir ja, wo wir das nächste Mal weitermachen. Na, dann haben wir da jetzt dann noch die Gärten und dann die ganze Reihe mit den Häusern. Dann haben wir unsere Siedlung einmal durch. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, dann sind wir in der Siedlung fertig. Und der Paukka drin ist auch schon. Hm. Ich nehme mir da mal raus, was ich stecken kann und noch reinbringen, gell? Ja, da ist ja einiges. Und das kann ich skripen. Ja. Ja. Ja, wir werden jetzt des Nächten da mal zusammenlegen. Wo ist er denn? Neben dir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dauernd hoch, schaut es wieder rein. Wenn andere in den Kibra... Aha. Du hast ein Messer in der Hand. Das kann ich auch. Okay, wenn wir weiter Jagd machen. Nicht auf uns, sondern auf Zombies. Ciao. Ich knüpple dich. Ciao.